So, Trigger, zweite Runde. D.V. Richterbaum am alten Nordkirche. Kam schon drei, vielleicht sogar vier. Ich glaube drei. Das ist nur ein Einser-Rank. Zum Glück der beste, und zwar ein Ball. Schau mal, ne? Los geht's. Seht ihr diese kleine, grüne Wiese? Genau deswegen ist das hier eine Park-Arena. Klasse, oder? Schauen wir mal. Wer diese Woche beschäftigt, macht jeden Trigger in München. Ihr wüsst Bescheid. Nicht mal zehn Sekunden. Alter. Hundert Prozent? Das wäre genass. Gibt mir hundert. So. Nächster Trigger-Versuch. Irgendwo. In Hadern. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es diese Arena sein wird. Weil die streiten sich noch um zwei Jahre hin. Ich dachte, wenn ich hier schon eh relativ nah bin und Gratten Raid ist, nutze ich das aus und hoffe, dass dann alle sich für diesen hier entscheiden. So. Ich setze euch mal ab. Perfekt. Da auf dem Bildtunnel. Das ist echt perfekt hier. Die ist sogar ein bisschen höher. So. Huff. Ich fange noch schnell das Potrott. A.K. Shope. Und dann geht's los. Ist ein Gengarit geworden. Verraschenderweise jetzt bisher jeder Trigger, den ich gemacht habe, ein verschiedenes Pokémon. Oder ein anderes Pokémon. So. Mach keine Faxen hier. Potrott. Ich höre Geräusche im Busch. Schau mal. Ein bisschen Bewegung ist mein Charakter. Das ist nie gut. So. Gengar. Bin bereit. Habt ihr schon lange nicht mehr gemacht? Jetzt mit meinen Despotos sollte es kein Problem mehr sein. Bam. Die haben mir auch direkt vorgeschlagen. Und wir sehen uns in 100 Sekunden wieder. So. Gleich geht's los. Schauen wir mal. Gift. Also eigentlich müsste er Bonus haben, oder nicht? Ich weiß es grad gar nicht, ob er Bonus hat. Ich weiß es grad gar nicht, ob er Bonus hat. Jetzt kommen die mit Knöscher. Die haben jetzt gar nicht. Die haben jetzt gar nicht. Die haben wir jetzt. Ja. Jetzt wird das dann auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht gemacht und einer davon kann es werden aber mir egal solange es einer von denen wird auspark ist dieses wochenende freitag samstag wird da vermehrt jeder jener getriggert und zwar die zwei das sind zwei zahlen also wo auspark ist und dann der rechte fleck daneben wo der kleine park noch ist und ein schiff von auspark damit auch noch getriggert also es gibt zwei chancen dort und dann in schwaming nullpark wird heute auch getriggert heute und morgen aber wie gesagt ihr müsst da nicht genau zur tüger zeit da sein wo die meisten halt da sind ihr könnt davor dazwischen danach auch noch da sein es dient halt eigentlich nur der koordination also das sind so die zwei top ziele falls ihr beim triggern mitmachen wollt luitpold park und ostpark und wenn westpark irgendwas zustande bekommt dann vielleicht auch westpark ich werde noch ab checken den odeonsplatz hofgarten wurde auch gestern fleißig getriggert muss ich noch nachholen und wie gesagt das in leim werde ich heute oder morgen versuchen hat seine arena zustande kommt das so eine selbstgemachte map wo einfach nur die zellen draufgelegt wurden und die arena gekennzeichnet wurden ist jetzt keine spezielle ex rate such map oder sowas also fragt nicht danach das war jetzt ein grund ich hoffe ich habe den schon gefangen im hirschgarten das übrigens die einzige arena anscheinend die in frage kommt in der zelle aber wie immer wir können doch schauen abwarten und tee trinken schaut am sonntag vorbei beim livestream da werden hoffentlich die einladung rauskommen dann seht ihr ob ich eine einladung bekomme oder ob ich leiden werde das war's von mir schaut bei den türen vorbei falls ihr in münchen wohnt oder umgebung und eine chance haben wollt also das war's von mir wie immer liken subscribe kommentieren check die anderen videos ab folgt auf instagram facebook und twitter check den shop auf vergesst nicht pokémon serious business